In der Natur wird es immer bunter, alles sprießt und grünt. Und das Wetter der nächsten drei Tage trägt dazu bei, es ist wechselhaft und warm. Richtiges Wachstumswetter, sowohl mit Sonne als auch mit Wolken. In den letzten Tagen war es im Osten ja noch relativ frisch. Die Höchsttemperaturen am Montag auf Rügen nur 4 Grad, im Saarland frühlingshafte 18 Grad. Und auch bei den Frühtemperaturen am Dienstag gab es noch die großen Unterschiede zwischen dem frostig kalten Osten und dem deutlich milderen Westen. In der Nacht haben wir auch im Osten und am Alpenrand nur noch ganz zarte Minustemperaturen. Und am Tage legt der Frühling richtig los. In den Flussniederungen im Südwesten 20, 21 Grad, sonst verbreitet 15 bis 19 Grad. Und nur ganz im Norden und Nordosten bleibt es mit 10 bis 14 Grad ein bisschen kühler. Hier haben wir auch insgesamt dichte Wolken, immer wieder mal ein bisschen Regen oder Nieselregen. In der Landesmitte Sonne und Wolken und ganz im Süden längere sonnige Phasen. Am kalendarischen Frühlingsanfang 10 von möglichen 12 Stunden sind sogar noch etwas mehr möglich. Die Tag- und Nachtgleiche war eigentlich schon in der letzten Woche. Das liegt daran, dass die Sonne, wenn sie unter dem Horizont steht, durch Lichtbrechung über den Horizont gebrochen wird. Deshalb haben wir am 20. März sogar hier in Berlin schon 12 Stunden, 12 Minuten Sonnenschein bzw. Tageslänge. Das nimmt dann pro Tag um vier Minuten zu. Heißt aber eben nicht gleich immer Sonnenschein. Das sehen wir hier an den Sonnenstunden am Donnerstag in Berlin gerade mal ein bis zwei Stunden. Hier haben wir im Nordosten insgesamt viele Wolken. Am Donnerstag immer wieder Regen. Und auch im Süden wird es teilweise mal kräftig regnen mit Gewittern dabei. Im Nordwesten lockern die Wolken im Laufe des Tages dann wieder auf. Und am Freitag geht es da mit neuem Regen weiter, der von Nordwesten allmählich aufzieht. Hier kann es zum Teil richtig nass werden über weite Strecken des Tages. Dagegen noch freundliches Frühlingswetter. Im Süden nochmal Temperaturen von 20, 21 Grad. Dagegen noch freundliches Frühlingswetter. 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 Vielen Dank.